Das darf ich nicht vergessen. Ach guck mal. Natürlich baue ich das alles. So. Kann man ja alles schön verkaufen, ne? Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Oh, die kann ich hier gar nicht verkaufen. Äh, egal. Gut, gut. Ich schreite wohl. Gehen zu den anderen Typen. Pfeifen wir voran die Bücher rein. Na, Bücher, wo seid ihr? Äh, da seid ihr natürlich. Mentalismus. Komm. Egal, brauche ich gar nicht. So, ah, jetzt habe ich natürlich das Ganze geguckt, bevor ich die ganzen Sachen gebastelt habe. Äh. Äh. Einmal kurz. Mein. Ey. Wieso ist der Typ nicht da? Ist doch jetzt wirklich scheiße. Muss ich ja unten zum Markt gehen, um meine ganzen Sachen zu holen. Warte mal. Was habe ich denn jetzt hier noch? Ich habe noch zwei Handwerkspunkte und jede Menge Lernpunkt. Ja, okay. Rechte Rüstung. Elementarismus. Gut, gut. Würde ich sagen, ich gehe erstmal ins Adelsviertel. Und danach zum Markt. Obwohl, ich müsste eigentlich direkt zum Marktplatz gehen. Äh. Ich gehe direkt zum Marktplatz. Komm. Lass mich direkt zum Marktplatz gehen. Geht schneller. Dum, dum, dum. Vor allem legen, weil wir hier hinten auch direkt unseren Talien... Ihr habt doch bei der Verteidigung der Stadt geholfen, oder? Danke. Wisst ihr, ich habe der Garde immer gesagt, dass so etwas passieren würde. Jahr für Jahr... Das Tribunal immer mit... Ich kann es immer noch nicht glauben, dass dieser Quarek einfach so mit seinen Schiffen in den... ...Gahafen segeln konnte. Ach so. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass dieser Quarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Stahlbarn. Ich kann es immer noch glauben, dass dieser Quarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt. Wo hab ich das nur hingegen? Ich kann es immer noch nicht glauben, dass dieser Quarek einfach so mit seinen Schiffen in den Arker Hafen segeln konnte. Schreitet wohl. Aber immer doch. Ja, dann gib mir mal. Was kann ich dir denn verkaufen, meine Liebe? Uh. Natürlich bekommst du das Ding weg. Und... Hier kann ich dir nichts geben. Hier natürlich auch nichts. Gut. Was hast du denn für mich? Ähm... Feuerblitz? M-m. Flammenbiss? Kettenblitz? Kettenblitz? Rang 1? Lebensabsorption? Wart mal. Feuer. Feuer... Ähm... Equilibrium? In Mana? Ihr könnt durch den Effekt sterben. Feuerball? Äh... Feuerball kann ich nicht so wirklich gebrauchen. Flammenbiss? Frosturne? Lebensabsorption? Magischer Schutz? Schützschirkel? Schutzschirkel. Ja, nehme ich mal das Götterschild. Das Götterschild habe ich dabei. Das ist cool. Okay. Dann ist das egal. Das Götterschild müsste ich mal ausrüsten. So, und hier habe ich auch nichts, was irgendwie spannend wäre. Schade. Aber ich habe bestimmt doch... Genau. Ich muss aber kurz vorher nochmal gucken. Beschreitet wo? Rhetorik. 41. Schlösser knacken und Rhetorik kann ich noch jeweils eins nehmen. Und alles andere... Schreitet wo? Alles andere brauche ich. Die dicken Bücher. Okay. Mal fast. Der Situation entsprechend, schätze ich. Aber immer doch. Ja, komm. Gib mir Zeug. Da. Gesellenbuchrhetorik. Eins. Und Schlösser knacken. Eins. So. Jetzt kommt... Expertenbuch. Verzauberung. Elementarismus. Und Entropie. Fernkampf. Aber der Traum der Fucht im tiefen Abend droht. Fernkampf. Gut, gut. Schleichen. Schlösser knacken. Oh, Gesellenbuch. Ja. Stimmt. Schreitet wohl. Dankeschön. Gib mir die Bücher. Äh. Oh. Ja, ist jetzt egal. Passt schon. So. Lederwaren. Zu den Lederwaren. Mist, ich hab ja nichts, was ich schärfen kann. Die Frau ist wirklich hinterher. Die denkt immer, dass ich irgendwas machen würde. Mein Talent ist nicht hoch genug. Drei Mondsteinbachen. Ich hätte genug, aber mein Talent ist nicht hoch genug, um das zu machen. Gut, gut. Assassinenhaare nicht. Eternerhelm. Darf das, das... Pyrrächelhelm oder Eternerhelm. Yus Kapuzel. 42. Stahlbachen. Da fehlt jetzt Mondsteinwagen, okay Aber ich hab mir was da gebastelt Hier ist Bin ich falsch Ja Wie kann ich euch zu Diensten sein? Natürlich So Das kann ich dir verkaufen Den Assassinenhahn nicht Ach den kann ich ja nochmal verbessern Würde ich erstmal verbessern Bevor ich den verkaufe Dann bin ich auch schön Ben nimmt sich einfach Als würde sie erhabenen Pfades sein Manche wissen einfach nicht Wo der Platz ist Edel Herstellen 10% weniger Mana Mana regeneriert schneller Verkaufe ich bei einem anderen Typen Gegen Nebenan Bei dem Typen Hier kaufen wir auch die ganzen Geilen Sachen ab Schreitet wohl Keiner Verzauberer Äh stopp 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 Nein Möchte ich gar nicht So Was könnte ich dann da drauf setzen? Regeneriert schneller Entropie Elementarismus Elementarismus Jetzt kann ich denn noch auf irgendwas drauf machen Kupfer Dir den Okay Silberring Setz mir da mal Und Und Ich ja komm herstellen Ich ja komm herstellen Boah Boah Ähm Nein Möchte ich nicht verkaufen Mh Was hast du denn hier an Sachen Leichte Rüstung Ich brauche Expertenbuch In leichte Rüstung Ja Aber wie viel Wie viel Kommt wieder Für leichte Rüstung Kann ich denn noch kaufen Elf Stück kann ich noch kaufen Okay Alles was das Herz begehrt Seht selbst Zack Expertenbuch In leichte Rüstung Kommt wieder Dankeschön Inventar Zack Gut gut Ich habe jetzt noch einen Lernpunkt Geil Aber Leichte Rüstung Ist jetzt auf 83 Ist schon cool Wenn man so viel Hat Hilfe Wer hat da gerade gerufen Ihr seid Akanist was Wartet Ihr habt doch bei der Verteidigung der Stadt geholfen oder Danke Wisst ihr Ich habe der Garde immer gesagt Dass so etwas passieren würde Jahr für Jahr hat das Tribunal Immer mehr Fremde in die Stadt gelassen Und jetzt haben wir den Salat Was soll das werden Irgendein Trick Irgendein Trick um mich in eine dunkle Gasse zu locken und auszurauben Vergesst es Eterna Ich kenne eures gleichen Verschwindet Nur zu Leuten eurer Sippe Jetzt lasst mich in Frieden Ich kenne es für ihn Kein Ort was ihm wert Nicht von dannen zu ziehen Ich kenne es für ihn Vielen Dank.